Ich hoffe, dass man mich jetzt besser hört. Die vorige Aufnahme war zu laut vom Background her. Vom Spiel her. Setz mich auch labern her. Ich glaube, es ist immer noch ein bisschen zu laut. Solltet vielleicht auch das Mikro-Lader trauen. Wäre auch noch eine Option, aber jetzt schauen wir es jetzt einmal an. Geht wieder darum, dass mein Basisschütz, ich habe es schon lange nicht mehr gesagt. Aber wird es am Anfang ein bisschen scheiße werden. Aber... österreichisches Abzeichen in den Trauer kann schon nichts passieren. Hofer, Speedfighter, ist aber eigentlich scheiße. Versucht immer mit so einem Kommandant, dass wir schneller wegradieren können. Keine Ficke. Dann darf ich mir nicht darauf hin gehen. Flugzeug hängt gerade, weil in der Luft alles was gut ist. Alles, was ich am Rad da sehe, ist vor mir. Schau mal, okay. Nichts hinter mir. Wir haben eine Bombe auch. Ja... Es sollte mal wieder darauf losgehen. Was? Dann habe ich paniert... Ich bin ein Idiot. Was ist ein Dottos? Ich bin nicht sicher mit dem Teppert. Jetzt habe ich gedriftet Das ist ein dicker Weißl, die um mich Tauchen? Der hat mir jetzt aufs Kork genommen, der kann die Panala aus Kann keinem Sicher ist er hinter mir her, der kann die Lodge Jetzt haben sie gleich die Panala Ich würde nicht mehr lang durchhalten, nicht mehr an Oder doch Komm flug her Nein, jetzt haben sie Ich mache heute immer einen Fehler, aber sonst spüre ich da, dass sie mich mitten ins Getümmel schmeißen, dann kommt es für alle Seiten an bis hier, ich kann es nichts machen Aber ich kann es nicht abschütteln Wie man gesehen hat, jetzt habe ich auch mal einen Kill gemacht, die... Seht der Wecker, seht der mir jetzt um meine Kumpelsumme latschen Ich schau jetzt nicht in Klosberg aus Einer hängt da schon an mir Ja Okay Da war einer nicht Kommt da noch einer Bf 100 Bf 100 Ne, da müssen wir aufpassen Ich bin uns gleich weggestrisseln So Und da bin ich noch kurz erschaffen Yeah Überlebt Das ist... Ja, ist aber still Das hat ein fettes Röhrfund drauf, das macht schicke Dünse Ein richtiges Antibomberteil Dann kann man auch die Kleine ein bisschen schrecken, wenn man trifft Das Ding weizelt schön aussehe, Alter Ffff dann haben wir frühstück den typen das ist ein richtiges anti-bomba-teil es hat ein bisschen kies zum fliegen, weil es aber eigentlich sperrig ist das gute ding es ist ein wendiges was anderes flitter da noch einmal halber da vorbei die landebahn ist geradeaus falls irgendwas ist jetzt mit dem da rechts hinten da rund irgendwo wenn du siehst, die sind eh schon so gebuttert, könnten wir mal sagen, wenn man lande das ist überhaupt genial gemacht das spiel viel mehr unsicherer nimmt der ansicht landen 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 ja, probieren wir mal risk noch fahren bramson hüfte in der luft nix aber kann sie mal probieren das ist jetzt auch ah, das passt schon so und schon, wenn er kommt jetzt da bist du dicker ich bin schon und ja, für die raffen ausgefahren ja, was schau dir das an und kann schaden dann dann nur die bremsglieds auswechseln drum steht da reparieren wirklich geile lande hier da hat er sein ding schon mal der scherbe ist jetzt damit umspiel Gas bremsen Gas bremsen Gas bremsen Gas bremsen Gas bremsen Nebücher fierce da drückt bloß ihm glüt komm, schau hey, ob du fettes häisen aber fern ist aus hua hua Genial. Bisschen Rauch. Ist ja wirklich schick gemacht, das muss mir einer schon lassen. Sitz da geht in Nürten, das ist feier außer Grund, ist schon geil. Sehr fein, ich verabschiede mich schon herum.